so kleines update ich habe euch ja versprochen sobald das kann mir den namen immer noch nicht merken sobald der kebab store so heißt er geöffnet hat würde ich ja hingehen das probieren wollte ich auch machen das problem ist der sascha teelen und seine frau samt personal wollen wir nicht zu essen geben sie haben mir wortwörtlich hausverbot erteilt weil ich die frage gestellt hat wie viel dönerläden braucht pargera das war ja eine frage und da habe ich euch daran beteiligt ich kann das leider nicht für euch testen müsste dann jetzt selber machen ich bin auf jeden fall bei einem ganz lieben griechen hier gelandet so und für mich gibt es dann heute mix dishes den platte dorf und auf jeden fall herzlich willkommen und hat sogar frage fragt und ina ist also ganz liebe nette menschen hier kann ich nur empfehlen